Ja Leute, heute ist es soweit und zwar zwei große Rivalen treffen aufeinander, um genau zu sein, Bakura gegen Atem, beziehungsweise Yugi gegen Bakura, aber es ist ja der Pharao gegen eben Yami Bakura und das ist ein Duell der Extraklasse, denn diese beiden Charaktere sind eigentlich die Gegner schlechthin und heute ist das Ganze natürlich wie immer mit CK Phoenix, das heißt wir spielen gegeneinander in einem Best of Three. Falls ihr das Ganze Duell sehen wollt, müsst ihr natürlich rüber gehen zu sehen, denn dort wird eben der Rest des Best of Three zu sehen sein, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein ins Deck. Und da sind wir auch schon im Deck, wir gucken uns das Ganze an, bei Yami Bakura ist es natürlich so, dass wir gar nicht so viele Kante zur Verfügung haben, heißt wir können gar nicht so viel weg reduzieren, erstmal natürlich alle Stables müssen rein, das ist natürlich klar, Wiedergeburt, Torf, Überläufer und so nehmen wir natürlich mit. Dann natürlich müssen wir bedenken, dass wir hier natürlich Schicksalstafeln haben, bedeutet, die kommt durch die Schicksalstafel, wird eben gespielt, nimmt schon mal sehr viel Platz weg, ebenfalls natürlich finstere Zuflucht, eigentlich einer der besten Karten überhaupt, dieses Deck, von daher passt das Ganze. Meine Zauberkarten, beziehungsweise Feindkarten allgemein, man nimmt eigentlich alle guten, die man hat, ne, die finde ich sehr interessant noch, mehrfache Zerstörung, sehr interessant, das ist sehr Anime-Style, das mag ich sehr. Und dann bei den Monstern natürlich, wir nehmen natürlich die mit den besten Stats, gerade bei den normalen Monstern natürlich, wir nehmen hier 2000 an Defense, was sehr stark ist, wir haben hier 1,7, 1,8, 1,5, ja, das ist unser schlechtes Monster, wie gesagt, wir müssen auf 40 kommen, dementsprechend müssen wir natürlich auch Monster spielen, die nicht so stark sind, aber wir haben noch sehr gute andere Monster, wie zum Beispiel eben hier Flip, 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 also wir haben gute Flip-Monster definitiv, wir haben Sanger, was natürlich sehr nice ist, dann haben wir noch ein paar gute Effekt-Monster, die wir mitnehmen, haben 1,9er Beatstick, haben natürlich noch gute Tribut-Monster, was nicht schlecht ist, Ja, ist speziell, aber kann gut kommen, und natürlich dann dunkle Todesfurcht, damit die natürlich sehr spielstark ist, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, hat man nicht viel Spielraum, und ich würde sagen, wir wollen das Deck nicht länger angucken, wir wollen ins Duell. Es ist Zeit für deine Niederlage, Yugi! Ja, das wollen wir doch mal sehen! Oh ja, das werden wir sehen, und wie wir das sehen, ich fange an, nicht, ich gehe an hier an. Ne, stattdessen fange ich an, und ich ziehe eine Karte, und, äh, da fehlt ein bisschen was, aber eigentlich ist das ja okay. Oh, oh, okay, es ist okay, aber es ist okay, okay, oh, oh, oh. Ja, ich gehe mal hier ganz klassisch dran, ja, Monster, Karte verdeckt. Okay, fair, 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 finde ich aber auch gut, dass du auch mal hier, auch mal den ruhigen machst, so, ja? Ja. Oh, was ziehe ich denn da? Oh, oh, oh. Nein, sag nicht wieder hin! Dann machen wir auch mal den CK hier. So, wir spielen schön in den Permanents rein, und dann machen wir mal hier Pass. Okay, ja, damit kann ich leben. Dann ziehen wir mal. Ja, ich sag dir, wie es ist, äh, das bleibt auch ein ruhiger Anfang hier, du bist. Ach, du weißt, ganz ehrlich, äh, ähm, oh. Gefühlt jeder Karte, ich ziehe, oh, 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 oh. Ich würde sagen, ich kopiere dich einfach. Das Ding ist, ich weiß, dass du gute Flipmonster hast, deswegen macht mir das ein bisschen Angst. Das stimmt, ich habe wirklich gute Flipmonster. Ich weiß noch nicht, ob ich die nutzen will. Das ist die Frage. Also, ich habe auf jeden Fall eins, was ich gerne nutzen möchte. Und zwar rachsüchtige Antibagia. Ich sag auf die. Ja, das ist leider mein kopfloser Ritter. Ja. Oh Mann. Greif an. Weißt du was? Ich mach's einfach mal so. Was? Wie? Was? Set? Und jetzt? Set? Ich spiel mal ein paar Sachen verdeckt. Oh ey, was wirst du für ein... Ja. Du denkst, da liegt Verwandlungsgurk. So einer. Genau das denke ich nämlich. Deswegen zeig mal her, was du da hast. Äh, ja und? Oh. Ja, okay. Ich wünschte, ich hätte schwerer Sturm in diesem Deck. Alter, ich würde dich so gern punishen für diesen Mut. Ja, ich weiß, dass du dir nicht hast. Deshalb ist mir das vollkommen egal. Oh, vollkommen egal. Aber, ähm, gut. Ich muss ja auch irgendwie meine Zauber- und Fallenzonen wieder leer kriegen. Deshalb mach ich mal Gehirnkontrolle. Nein, warum? Bist du denn blöd? Ja, weil ich den gern opfern würde. Ach komm, es kommt jetzt schon wieder zwei oder ein. Ein? Ganz ihm, glaube ich. Der Trickreiche. Ah, okay. Ich dachte, jetzt kommt der Barre von Toten drauf. Damit kann ich leben. Das glaube ich dir gern. Ach ja, Schiff, du kannst jetzt angreifen. Ja, was gibt es? Verdammt. Nein, meine Kombo geht nicht mehr. Also ich hatte jetzt eine Kombo vor, aber die Kombo wäre jetzt ein bisschen leichtsinnig, weil ich so wenig Leben habe. Mhm. Uh. Ja. Ja, zwei Unterwäldler im Friedhof, das gefällt mir aber nicht. Ja, ich muss jetzt so spielen. Oh, okay. Vorherliches Begräbnis. Ja, ich hole natürlich nicht irgendeinen Monster, einfach ohne Grund wieder. Denn jetzt Tribut. Oh, ich war's gerade. Und ich opfere den. Es ist Minus, es tut weh, aber ist egal. Den Puppenspieler. Was? Und der erlaubt mir jetzt zwei Monster vom Friedhof zu haben. Oha. Kombo. So. Jetzt bin ich halt in der schwierigen Situation, weil der in Angriff liegt. Das ist dezent problematisch. Ja, aber was soll ich denn machen? Da macht sich einfach Überläufer-Action und so ein Party. Und Schwerter nervt auch anders. Das glaub ich dir gerne. Und zerstören können. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das tatsächlich mache. Also 2000 Trickreicher wird natürlich schmecken. Auf deinem Puppenspiel. Ja, safe. Du hast ja nur noch 2750. Äh, nein. Ich weiß nicht, worüber du redest. Ja, okay, okay. Nee. Ich glaube, egal wie ich das dreh und wende, das wird so erstmal nix. Achso, es wird noch nicht gelben. Das ist doch mal schade, ne? Ja, ich greife mit meinem Rachsüchtigen deinen Puppenspieler an. Ich weiß, es ist wenig Damage. Hm. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm. Ja, Houston. Was soll der Lachs denn jetzt hier? Ja, es bringt halt nix. Ich musste das sogar durchlassen. Ach man, hättest du dich mit dem Trickreicher angreifen können? Nee. Oh man, ey. Hast du dunkler Geist der Stille, oder was? Was ist denn dunkler Geist der Stille? Die, äh, den Angriff ändern kann. Aha. Aber zwei Monster loszuwerden reicht mir ja nicht, deshalb haben wir noch Spalt. Aber jetzt hast du drei Unterwälder im Friedhof, das könnte gefährlich sein. Ja, warum tust du das denn auch? Ja, ich will nicht, dass du wieder Tributbeschwörung machst hier. Das ist lustig. Das ist ja lustig. Äh, dann wollen wir mal gucken. Leider hast du alle deine guten Karten gesetzt. Aber vielleicht hast du trotzdem was Gutes in der Hand. Ich laufe mich ja wenig. Ja, kaum hättest du einen rachsüchtigen stärken können. Ja, guck mal, wie krass. Nee, das geht nur auf schwarzer Magier oder schwarzes Magier Mädchen. Na, wow. Kannst nix damit machen. Das ist ja komplett useless, ey. Dann bist du. Hä, dunkler Magier, dunkles Magier Mädchen. Ja. Ach, lächerlich. Einfach lächerlich. So, dann, äh, okay. Jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt? Warten wir denn jetzt. Ja, hoffe ich jetzt, dass der wenig Verteidigungspunkte hat. Oder was mache ich? Hoffe doch. Nee. Nee, wir gehen safe. Machen wir was. Oh, wir gehen sogar so safe. Ja. Das ist doch schön. Was? Okay, ja gut, wenigstens bringen wir das was im Friedhof. Ja, wenigstens habe ich Karten gezogen. Ich war Kurt out of game. Bin ich mal gespannt, was für Karten du gezogen hast. Ich habe nämlich hier eine Karte verdeckt. Oh nein. Das ist doch unfair. Du hast auch voll gute Karten. Und dann, 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 dann. Ja, ich meine, Schwert an Nerven ja nicht schon genug oder so. Das Siegel von Uri Kalkos. Falscher Hack eigentlich, aber egal. Falscher Hack ist das Schöne geworden. So, mein Lieber, wir bringen hier Kontrolle ins Spiel zurück, aber sowas von. Ich bin gespannt. Ich aktiviere die Lieblingskarte einer geliebten Person von dir. Ich aktiviere Überläufer. Nein. So, das Ding ist, ja, ich muss doch einen dummen Trick rechnen, wie dumm das ist, äh. So, dann opfer ich den natürlich selbstverständlich direkt. Mhm. Für kein dunkler Herz oder mehr, doch der ist da. Und da ich Angst habe, dass du gleich irgendeine Kombo machst und ich dann komplett, äh, nicht mehr kann, spielst du dunkle Tür. Okay. So lange ich Monster habe, werde ich nicht verlieren. Das stimmt. So. Damit sind die Schwerter weg. Ey, die Schwerter, ne, die haben dir so viel geschenkt. Allein Rachsüchtiger wäre schon hundertmal tot. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich glaube, machen wir hier weiter den Rügen. Mach mal. Ja, Digger, ja, das ist doch drei, vier Karten, was soll ich dagegen tun? So, oh, oh. Oh. Ah, na, ruhigen kann ich auch. Aha. Huddleface. Nehmen wir den jetzt mal weg. Was jetzt? Was lachst du? Hä? Meinst du, ist es noch ein dunkler Ascher da? Nein, nein, nein. Ich hab's gelesen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das hat so gut getan. Warum? Oh man. Komplett hops, genau. Ja. Oh. Die Todesfurcht und alles. Oh man. Nach dem Duell natürlich müssen wir jetzt gucken, was ich nächste Woche spiele. Und ich würde sagen, wir spinnen hier einfach mal das Rad. Let's go! Und? Let's go. Und? Und? Ich bin ein Meister. Ich habe noch einen Ass im Ärmel. Banded Keith. Oh, okay. Okay. Ich hoffe, ich darf auch mein Ärmel benutzen im Duell. Aber ja, wird interessant. Ist natürlich nicht der leichteste Charakter. Das ist definitiv so. Das heißt, sein Deck ist nicht so spielstark. Aber vielleicht helfen unsere Ärmel ja wirklich jetzt in der Situation. Falls ihr jetzt den Rest des Duells von heute sehen wollt, geht rüber. In der Endcard natürlich verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt natürlich wie immer einen wunderschönen Tag. Und viel Spaß beim Duellieren. Ey, das ist der schlechteste von allen. Ja, danke, Mann. Weiß ich selber. Was soll ich denn sagen? Ja, danke, Mann.